Das Augmentativ oder Augmentativum ist die Vergrößerungsform eines Substantivs und stellt den Gegensatz zum Diminutiv dar. Kennzeichen und Regeln Man unterscheidet zwei Bildungsarten, die analytische Bildung durch Syntagma und die synthetische Bildung mittels Derivaten. Hierbei kann eine genauere Unterscheidung nach den an der Bildung beteiligten Komponenten gemacht werden. Bildung mit Affixen und Affixoiden Teilweise werden weiterhin Bildungen mit Superfixoiden gesondert betrachtet. Die im Deutschen gebräuchliche Vorsilbe un, wie zum Beispiel bei Unzahl, Unsumme, Unmenge oder Undjahr, wird in diesen Beispielen nicht zur Negation gebraucht, sondern als augmentatives Präfixoid mit der semantischen Bedeutung groß. Bei einigen Zahlwörtern kann auch das Präfixoid aber das augmentativ ausdrücken, wie zum Beispiel bei Abertausende. Die Präposition über kann als Präfix zu Wortbildungen wie zum Beispiel über Größe, über Länge, über Maß, über Mensch eingesetzt werden. Verbreitet ist das Augmentativ im Italienischen, indem es mit dem Suffix one bzw. ona gebildet wird. Padre ist der Vater, Padrone der Herr oder Gebieter, Padrona die Herren. Im Portugiesischen ist die häufigste Endung des Augmentativ ha o es ist grammatisch maskulin, aber auch als Augmentativ feminina Substantive verwendbar. Zum Beispiel ist Kassara o ein großes Haus, abgeleitet aus Kassa oder Zapata o ein großer Schuh, abgeleitet aus Zapata o. Beispiele Neugriechisch Maskulina Alpha Rho Omikon Sigma Feminina Alpha Rho Alpha Mü Epsilon Tau Eta wird zu Mü Epsilon Tau Alpha Rho Alpha. Der entsprechende Diminutiv lautet Mü Epsilon Tau Omikon Y Lambda Alpha. Die in der griechischen Volkssprache Dimotiki gebräuchlichen Augmentativah sind manchmal sehr plastisch und dem mediterranen Temperament der Griechen gerecht. Hier leisten vor allem die Endungen Alpha Rho Omikon Sigma und Alpha Rho Alpha gute Dienste. Eta Mü Epsilon Tau Eta Omikon Mü Epsilon Tau Alpha Rho Omikon Sigma ist gleich Eta Mü Epsilon Tau Alpha Rho Alpha. Die Bedeutung ist oft ironisch, ja nicht selten gar pejorativ. Beispielhaft hierfür ist jener griechische Abschnitt der bekannten Erzählung des hölzernen Pinocchio, in der dessen viel zu groß gewachsene Lügendnase schließlich wieder zu einem gewöhnlichen, kleinen Näschen schrumpft. Bei letzterem handelt es sich um eine von mindestens zwei gebräuchlichen Weibel. Verniedlichungsformen Italienisch Porta wird zu Potrone, Tromba oder Viola werden zu Trombon bzw. Violon, Tortellini oder Spaghetti werden zu Tortelloni bzw. Spaghettino. Portugiesisch Sufixau, Cassarao von Casa und Zapatao von Zapato. Russisch Maskulina und Neutra, Feminina Im Russischen wird zum Beispiel ausgebildet. Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Diminutiv, ebenso von, polnisch Maskulina, Feminina und Neutra, Isko für Personen, Tiere und konkrete Gegenstände. Punkt. Es kommt hierbei zu einem Wechsel im Genuss. Diese Formen stehen alle im Neutrum. Im Polnischen wird zum Beispiel aus Dom Domisko gebildet und ist nicht zu verwechseln mit Domek. Aus Cialo wird Cieltsko, Maskulina, Feminina und Neutra, Itlo für literarische Werke und andere Kunstwerke. Punkt. Auch hier wechselt das Genuss zum Neutrum. So wird aus Film, Film, Itlo oder aus Vias, Zvias, Zytlo. Es existieren weitere Suffixe bzw. Null-Suffigierung, die einen augmentativen Effekt haben. ZB wird aus SZ Pilka, SZ Pila oder aus Cias, Co, Ciajo und aus Kielbasa, Kielbacher. Ina haben neben der Vergrüberung auch eine stark abwertende Funktion. Punkt. Hier findet bei maskulin-personalen Substantiven keine Genussveränderung statt. Alle anderen Substantive werden feminin. Al kann ebenfalls ein Augmentativ bilden. BSP NOS wird zu Nochal. Es existieren weitere Suffixe, die aus Substantiven und Adjektiven Augmentative bilden. Spanisch. Suffixe O-T-E-O-T-A-On-On-A-A-Z-O-A-Z-A-Botella wird zu Botilon. Esperanto. In der internationalen Sprache Esperanto wird die Silbe E-G benutzt. Danach wird, wie regelhaft üblich, ein Entvokal oder eine Entsilbe angefügt, die die Wortklasse bezeichnet. Die entgegengesetzte Verkleinerungsform wird mit der Silbe E in Anlehnung an die romanischen Sprachen gebildet. Podotür, Podegotur, Podetotürchen, Warmer-Warm, War-Mega-Heiß, War-Mitter-Lau-Warm. Salti-Springen, Saltigi-Riesensprünge machen, Salteti-Hüpfen. Die Silben sind auch als eigenständige Wortstämme einsetzbar. E-G-E sehr, Etta-Klein, Gering. E-G-E sehr, Etta-Klein.